Na doch, ich zieh's durch. Alles klar, der hat Bock. Keine Sorge, das geht jetzt erstmal eine Minute lang so. Easy 200er-Kombo-Mann. Ja, verschrien, danke. Geil. Wenn ich vielleicht einen Nervenzusammenbruch habe und nichts mehr halten kann, weißt du, wie er schuld ist. Ja, ist ja in Ordnung. 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 Hast du Spaß? Viel Spaß. Wie das aussieht. Ja, ich glaube, das liegt an dem Schwert. Ja, das ist ja in Ordnung. 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 Was ist eigentlich mit dir? Ja, das ist ja in Ordnung. 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 Und ansonsten checkt einfach mal die beiden Videos hier aus, falls ihr sie noch nicht kennt. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.